Musik Herzlich willkommen zu Berlin-Brandenburgs größter Kürbisausstellung hier in Kleistow. Das Motto unserer diesjährigen Kürbisausstellung lautet Kürbisgipfel mit Heidi und Co. auf der Alm. Und so können Sie sich noch täglich bis zum 3. November das herrliche Panorama mit Alphornbläser, Murmeltier und Steinbock anschauen. In diesem Jahr gibt es auch ordentlich etwas zu feiern. Zehn Jahre Kürbisausstellung. Und anlässlich dieses Jubiläums gibt es zusätzlich ein Best-of. An Kürbis und Meer aus 2011 erinnert eine große Krake und wir haben auch nochmal eine tolle Rakete, eine Waage und Giraffen hier zu Gast. Musik Kürbiszeit in Kleistow. Das steht natürlich für jede Menge Kürbisse. Alle aus eigenem Anbau. So um die 100.000 Stück haben wir dekoriert. Sie hängen an den Figuren und Sie können unsere Kürbisse natürlich auch kaufen. Über 30 Sorten Zier- und Speisekürbisse haben wir bei uns inklusive Fachberatung. Also keine Angst vor dem Hokkaido, Butternut oder Muskatkürbis. Eine sehr beliebte Kürbissorte zum Dekorieren ist der Halloween-Kürbis. Mit ihm kann man wunderbar schnitzen und das nicht nur an Halloween, sondern bei uns jedes Wochenende und in den Herbstferien täglich. Dann heißt es einen tollen Kürbis aussuchen und los geht das Schnitzen. Musik Musik Kürbisse sind nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch ein Gaumenschmaus. Und das können Sie bei uns in der Gastronomie probieren. Wir haben Kürbissuppe, gefüllten Kürbis, also viele Kürbisleckereien. Und auch unsere Hofbäckerei hat sich tolle Sachen mit dem Kürbis ausgedacht. Vom Kürbisbrot über das Kürbiskonfekt oder Kürbiskekse. Auch in den Regalen unseres Hofladens gibt Orange jetzt den Ton an. Hier erwarten Sie Kürbissekt, Kürbissecko oder auch unsere hausgemachten Kürbisnudeln oder die Kürbismarmelade. Musik Der alljährliche Veranstaltungshöhepunkt während unserer Kürbisausstellung ist das Kürbiswiegen. Am 29. September kommen wieder stattliche Kürbisse bei uns auf die Waage. Der Vorjahressieger hatte einen Kürbis von 503 Kilogramm. Mal schauen, ob wir das noch übertreffen können. Mit dem Kürbisschlachtefest findet unsere diesjährige Kürbisausstellung am 3. November ihren Abschluss. Dann öffnen wir die großen Kürbisse vom Kürbiswiegen und Sie sind dazu eingeladen, sich einen siegerverdächtigen Kürbissamen zu sichern. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020